Hallöchen und herzlich willkommen meine kleinen Kartoffelchen, zurück zu einer neuen Folge Minecraft Bagel Beach mit den jungen Personen, die hier mit mir in diesem wunderschönen Schlafzimmer sind. Hallöchen. Pup, pup. Hallo. Gut, wen ich jetzt hier nicht sehe, ist die Jenny, wo hat sie sich denn versteckt? Jenny? Ähm, warte. Ich komme. Jenny, wo bist du denn? Am Eingang. Ich will einen Keks. Okay. Okay, naja, gut. Was ist denn für die heutige Aufnahmesession unser Plan? Das wollen die meisten Zuschauer von euch wahrscheinlich wissen und das ist eigentlich ganz einfach, denn wir haben ja von der letzten Folge aus noch die Burgmauer ein bisschen weiterzubauen, beziehungsweise auch den Eingang. Dann möchte ich hier draußen, ich sage das jetzt nochmal für alle, hier draußen dieses Gebilde, was ich hier gebaut habe, das wird nicht mein Haus. Das ist dann später unser Kistenraum. Der wird noch ein bisschen verschönert, ein bisschen größer und ein bisschen toller. So. Und jetzt, bevor wir wieder irgendwas in die Luft sprengen, gehen wir bitte schlafen. Ich habe sonst Angst. Dein Ernst? Ja. Angst, Kartoffel. Hab ich denn schon ein Bett bekommen? In Nickis Bett. Nicki ist nicht da. Nimm das Bett, das frei ist. Okay. Oh, bei den Hunden. Du hast sozusagen jetzt, ja genau, den Sabber in der Schnauze. Oh, sehr schön. Ich hoffe, das freut dich. Ich hoffe, du bist hellauf begeistert. Oh, du, ich freue mich. Wer liegt denn noch nicht, Leute? Ey, ich muss erst kommen. Ey. Ihr seid da alle hinten und verkrümmelt euch und ich bin ja hinten außen im Baum. Und wir liegen im Haus und rufen Klaus. Klaus. Alles klar. Danke. Jawohl. Endlich, weil jemand hier mitmacht. Aktiv mitmacht. So muss das sein. Erst mal angucken, wie sie hier schön liegen. Wer war der Klaus-Rufer? Klaus. Ich kann mich noch daran erinnern. An der Gamescom waren wir letztes Jahr in einem Wohnwagencamping. Und morgens, es waren Gemeinschaftsduschen. Und wir gehen morgens in die Dusche und es kommt so ein Fremder rein, den wir alle nicht kannten. Und er fragt erst mal so voll unverfangen. Hallo, Klaus, bist du da? Und ich war der einzige Volldepp, der dann unter der Dusche steht und Klaus, Klaus, Klaus ruft. Naja. Wo darf ich mir denn ein paar Sachen rausholen? Überall. Wir bauen dieses Projekt gemeinsam. Leute, ich habe eine Frage. Kann mir jemand bei der Mauer helfen? Oh ja, die wollte ich mir ja mal noch angucken, bevor ich jetzt hier weiter wurschtelte. Ja, ich habe nicht viel geschafft gestern. Vorgestern. Vorgestern. Okay, da hinten ist die Mauer. Ich laufe gerade erst mal in die falsche Richtung. Essen-Greeper. Ich hole noch ein zweites Weinchen. Haben wir denn irgendjemanden, der sich kontinuierlich um Essen kümmert? Nicht, dass wir jetzt gleich... Okay, dann haben wir ja einen Vollprofi. Äh, ja, ja. Ja, essen wir nicht schlecht. Und nochmal für die Leute, die jetzt hier zugucken. Bei Jenny und mir gibt es jetzt ein neues Texture-Pack. Das heißt John Smith Legacy. Ist auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und, ähm, dazu habe ich mir jetzt noch einen ressourcensparenden Shader geholt. Ich weiß nur gerade nicht, wie er heißt. Ähm, von daher seht ihr das Ganze jetzt hier voll schön und toll. Junge. Mhm. Was darf ich machen? Alles etwas altertümlich. Genau. Sieht altertümlich aus, ist aber cool, finde ich. Dann kann mir bei der Mauer helfen. Eki kann doch bestimmt gut helfen. Eki, genau, Eki ist ja da. Eki. Hallo. Wo bist du denn, Eki? Äh, hier draußen. Soll ich dich mal, bist du noch in der Nähe vom Haus? Ja. Soll ich dich mal zu unserem Anfang der Mauer begleiten? Sehr gerne. Ja, guck mal hier, da bin ich. Hier so. Und jetzt läufst du einfach da so. Ja, ich glaube. Und hier so. Und da so. Und da kommt auch schon die Lissi und, ich dachte, sie holt dich ab. Naja, dann holst du dich halt nicht ab. Dann kommt hier auch schon die Jenny. Und die Jenny, die kümmert sich hier um diesen ersten Turm, den du hier siehst. Beziehungsweise, jo, es wird mal ein Turm, ne? Ja. Dann kommt hier ein Eingang. Und hier kommt dann später nochmal irgendwo der Turm hin, ne? Okay. Mit so einem Turbogen. Und da oben hat die Mauer ja schon angefangen. Und das ist die Arbeit von der Lissi. Und die Mauer müsste noch ein bisschen höher werden und wahrscheinlich den Bedürfnissen von der Lissi entsprechen. Okay. Ja, aber... Da kann ich eher zur Hand gehen. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir das in irgendeiner Art und Weise hinkriegen. Am Anfang von wird nur einfach eine Linie. Ich wundere mich gerade, wieso, weshalb mein Charakter die ganze Zeit einen Block hochjumpt. Weil du den Auto-Jump in der 1.10 anhast. Da musst du mal Escape drücken und dann in die Controls gehen und dann oben rechts den Auto-Jump ausstellen. Das ist das nervigste Ding, was die Macher von Minecraft jemals einbauen konnten. Das ist total dämlich. Auto, da. Aus mit dem Scheiß. Entschuldigung. Aus mit dem Scheiß. Entschuldigung. Sehr guter Einstieg. Hat der hier irgendwo eine Mie oder irgendwas, wo man was abbaut? Ja. Ja, die Jenny hat direkt vor Ort sich was gebaut. Ich weiß zwar nicht, ob du das dann benutzen darfst, direkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es free for use ist. Ah, er gefunden. Okay, was machen denn die anderen, die jetzt noch hier mit uns fleißig bauen? Erzähl mal ein bisschen. Schein am Abbauen des Bauer. Mine. Okay. Ein zweites Schwein zum Holen. Also wir sind ja relativ gut verteilt, was das angeht. Ich erweitere den Schaf. Ach, den Schafraum. Den Schlafraum. Okay, cool. Meine Maus ist irgendwie unten drunter wieder verfusselt. Das gibt's doch nicht. Oder mein Mauspad ist kaputt. Mein gutes Rohkartoffel-Mauspad. Oh nein, das ist doch gar nicht lang. Das ist auch nicht kaputt. Also wenn das kaputt wäre, dann würde ich es, glaube ich, jetzt zurückfahren. Und zwar sofort. Ich weiß ja, wo die arbeiten. Komisch. Also, dass ich, doof, dass ich dann auch selbst arbeite. Wow. Gut. Und, ähm, hat irgendwer sich in der letzten, in der letzten Zeit mal um Holz gekümmert? Also um normales Oakwood? Ja. Ja, nicht, ne? Wahrscheinlich eher dieses Schwarzgedöns. Ist das nicht Fichte? Ist das nicht Fichte? Brauche ich nicht. Ja, das ist Fichte. Das Schwarzgedöns. Nee, das ist noch... Ja, Eiche. Eiche brauche ich. Brauchst du Eiche? Brauchst du Eiche? Nimmst du Eiche? Brauchst du Eiche? Okay, haben wir überhaupt so viel Eiche noch nachgepflanzt? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist... Äh... Wir sollten hier so Regeln aufstellen wie auf dem Community-Server. Ganz abholzen und nachpflanzen. Ich könnte ansonsten nur die gleiche Hilfe besorgen. Ich weiß, wo es welche gibt. Ja, das steht auch direkt neben unserem Haus. Das Doofe ist nur, ich brauche eine ganze Menge davon. Und hier steht nicht so viel. Ja, und ich weiß, wo es viel gibt. Ja, gut. Da ist er sprachlos. Dann kannst du ja mal loslegen. Losziehen, lostun. Ja, das kann ich gleich machen. Oh, ich habe ja zwei Oak-Saplings. Die ziehe ich mal ein bisschen näher an unser Häuschen ran. Das ist vielleicht ein kleines bisschen nah aneinander. Wir wollen ja keine Riesenbäume herauf provozieren. Oh doch. Oh nein, die kannst du dann aber abholzen hier, ey. Aber hundertprozentig. Wir hatten hier bitte ein Loch reingezimmert. Ich glaube, ich war das nicht. Ich glaube, ich war das... Oh, nee, warte, ich war es doch nicht. Okay, haben wir noch Dirt in unserer Kiste? Grandmother Dirt. Natürlich, ich renne erst mal einen Berg hoch und bemerke dann erst, oh, da komme ich gar nicht runter. Nur um dann wieder runter zu gehen. Also wieder runter und den Bogen rumgehen. Hat jemand von euch noch Dirt? Ja, 16. Hier vor meinem zukünften... Ja, ich muss ein Creeperloch ausfüllen. Irgendwer hat hier... Ich hätte zwei Stacks, aber da musst du nachher vorne kommen. Das hat noch Zeit. Würdest du 16 noch gratis dazukriegen? Gratis? Das ist ja ein Ding. Wo wolltest du denn die Mauer jetzt hinbauen? Ähm, da ist... Also da ist da ein Eckpunkt, wo die Mauerkurve nach rumgeht. Wie das hier? Ja. Das mit dem Stein und der Fackel. Okay. Und dann... Soll es... Äh, wo bist du? Komm, einfach mal... Lauf mal... Berg runter und dann grad... Au. Ach, da ist... Oh Mann, ey, ich glaub, das ist das... Ich glaub, das ist das erste Minecraft Let's Play, in dem wir kein Cobblestone im Übermaß haben. Das ist ja echt ein Scherz jetzt. Ich hab... Dann... Bis zu den Berg da, wo mal zwei Kühe drauf standen. Sie standen da mal. Okay, bis da haben wir gewandt schnell. Oh geil. Ähm, ja, und dann halt... Im vier Eck. Jo, genau, noch ein paar mehr. Und die Ecken. Wir wollen halt keine Ecken. Okay, das reicht erst mal. Sondern keine Ecken, sondern Kurven. Ecki, kannst du noch folgen? Ecki sieht grad richtig confused aus, irgendwie so. Hä? Komm doch einfach nix hier noch, Todstille. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Doch, doch. Ne Schaufel könnte ich auch... Sag mal, was bin ich denn heute für ein aufgelöstes Stückchen Kot? Also, falls jemand noch Cobblestone hat... Ja, ich bin wieder am Abbau und spring gleich noch mal was hoch. Also, ich bin grad ein Höhler am Ausleben. In der Hoffnung, dass da ein Slime-Shank vielleicht drin ist. Da müsste man nicht in den Sumpf laufen, um Schleim zu fangen. Oh, Schleim. Also, vorausgesetzt, wenn ich jetzt viel Glück hab, dass hier welche sind. Das wär natürlich extrem lucky irgendwie. Aber wir finden bestimmt auch in der Nähe hier irgendwo einen Sumpf. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Da laufen wir es direkt hin. Da ist ja ein Sumpf. Ja, ja gut. Ja, gut. Ich glaub, dann hat sich deine Arbeit schon... ...gibt dann. Wenn ihr einen Vorteil hattet, hier sind keine anderen Monster, weil Slimes spawnen auch bei Licht. Kann nur Nacht draußen sein, kann aber auch hell sein. Okay. So gut kenne ich mich mit Slimes und ihrer Farm gar nicht aus, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich hab ja auf dem Subtopfels selber unten dieses Wolldingen gebaut. Diesen Wollwald. Okay. Da spawnen die auch immer. Der ist ja komplett ausgeleuchtet. Jetzt mal Cobblestone-Farm. Ja, sobald du in einem Slime-Chunk bist unter... ...40, dann spawnen die. Egal bei welcher Helligkeit. Muss halt nur ein Raum sein, der groß genug ist wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Okay, kriegen wir es nochmal hin, schlafen zu gehen. Weil es wird doch schon sehr dunkel jetzt. Und da die Jenny dann sowieso gerade zurückkommt, könnte sie mir auch gerade ihr Endert geben. Ich hab auch noch ein bisschen Stein wieder dabei, wenn ich den wieder irgendwie noch haben will. Ich hab aber gerade gesehen. Warte mal. Ach nee, das läuft immer noch da. Gut. Gut. Sam ist ja... Junge, da ist ja sogar was drin. In manchen Öfen. Mampf. Mampfi. Mampfi, Mampfi. Schön. Habt ihr das gut gemacht? Klaus, Klaus, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Günter, Günter, Günter. Was hat der das Ganze jetzt mit Günter zu hören? Also bitte. Hauptsache erstmal Günter rumbrüllen. Günter, wo bist du denn? Kevin, Kevin, Kevin. Okay. An impressive Namen. Nice, impressive. Bei unserem Kistenhaus tut sich was. Aber es ist noch nicht fertig. Bestimmt wird es in einer der nächsten Folgen dann endlich soweit sein. Und wir können die ersten Kisten und Items einräumen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017